Das sind unsere Mörser, unsere Mörser sind. Du weißt gar nichts auf deinen Merkert, also ich hab gar nichts gesehen gerade. Die sind denn da drinnen in dem Bunker? Ich war eben schon mitten auf dem Feld, aus Versehen, da war ich nicht großartig. Der eine liegt auch schon von der anderen Seite da die ganze Zeit rum. Hör mal, hör mal. Da ist das Radio, da ist das Radio, hier ist das Radio. Was für ein Gutes. Ich geh hier in die Steine, ja. Alles klar. Geht nur ein Lester-Spo. Gar nichts. Er lebt noch. Ja. Er ist ausgeblutet. Cover, cover, cover. Oh, oh! Ich habe ihn getroffen, aber er kam davon, was für viel Hitze hat. Wir müssen weiter abbauen, Lekker. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.